so weiter geht's ins girls by los geht's girls 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 ich war schon häufiger hier aber könnte konnte im lied schon immer noch nicht nach noch nicht nach dem professor fragen das muss ich ändern mich an ist heute so anders weißt du was mit ihr los sein könnte ich glaube in letzter zeit stalkt sie jemand ein stalker bist du sicher sie meinte dass sie jede nacht verfolgt wird das ist nicht gut kann sie nicht jemand nach hause bringt die bieten dass sie immer an doch sie lehnt jedes mal ab weil sie uns nicht in gefahr bringen will die schaden kann manchmal echt dreckig sein sie hört auch nicht auf uns das mit dem stalker klingt alarmierend stalker la 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 Okay, so das wirklich nicht sehen. Okay, so das wirklich nicht sehen. Ich finde es gut, dass man jetzt hier keine Punkte oder so hat, wo man sich hinter verstecken kann, sondern man kann sich hinter allem verstecken. Was halt so einen Schutz geben könnte. Ach, so ein Schild? Wo man nicht so ein Schild. Tatsache. Okay, so ein Schild. Okay, so ein Schild. Okay. Okay, so ein Schild. Okay, so ein Schild. Okay, so ein Schild. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ah. Klar, was dir am besten passt. Gut, dann Takayuki. Du bist echt ein echt... Du bist ein echt netter Typ, Takayuki. Ich mag dich. Äh? Du magst mich? Ja, aber Nakata mag ich noch viel mehr. Nakata, dein Hund, nicht wahr? Genau. Mein Nakata ist so... So süß. Jetzt bin ich ihr wohl sympathischer, aber ihr Haustier liegt immer noch vorn. Hallo. Oh, Emily-chan. Was das nächste Mal angeht, würdest du mit mir an der Bar was trinken? Natürlich nur, wenn das in Ordnung für dich ist. Na klar. Ich plaudere liebend gern mit dir, Takayuki. Prima. Ich freue mich drauf. Ich auch. Okay, tschüss. Endlich komme ich an sie ran. Jetzt muss ich sie nur noch nach dem Professor fragen. Und das könnte noch ein bisschen dauern. Ich bin ein bisschen dran. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Takayuki, du bist gekommen, ich freu mich. Hey, Miri-chan. Deswegen bin ich hier. Super. Wenn jemand nach einem bestimmten Mädchen fragt, nehmen wir eine Stammgastgebühr. Warte mal, ich dachte, sowas macht ihr nicht, weil das hier ein Girls-Bar ist. Das sollen wir allen erzählen, aber wenn viele Leute nach einem fragen, gibt es einen hübschen Bonus, weißt du? Emily-chan, was zur Hölle? Das sollst du doch nicht verraten, das ist geheim. Sorry. Typisch Emily-chan. Takayuki, lass uns schön lange plaudern und bestell schön viele Getränke. Sobald ich mich gut mit Emily-chan verstehe, frage ich sie nach dem Professor. Takayuki, was darf es denn sein? Das ist die Gelegenheit, mit Emily-chan zu reden. Ich sollte uns was zu trinken bestellen. Sie müsste ja jetzt auf das Indigo. Stehen, na? Ich weiß nicht das. Ich weiß, das ist Maal. Ich weiß, das ist der Gelegenheit. Ich bin großartig. Ich bin großartig. Ich bin großartig. Ciao, ich bin großartig. Ich habe mich schon gesehen, Takayuki. Vielen Dank. Vielen Dank. Damit ihre Träume in Erfüllung gehen. Das finde ich wirklich großartig an ihr. Es ist, als ginge sie an alles professionell heran. Sie ist wirklich ein Vorbild für andere Idole. Oder? Findest du nicht auch Takayuki? Oh, das ist wirklich... Das ist ein perfektes Eiwe... ...sich... ...über ihre Fans. Klar, unbedingt. Sogar als ihre Daten geleakt wurden, hat sie nie an ihre Fans gezweifelt, oder? Diesen Teil von ihr bewundere ich wirklich. Da würde ich mich am liebsten auch gleich an irgendwas reinstürzen, was ich total gerne mache. Die redet über ihre Kollegen dann, oder? Du hast dich mit den anderen Mädchen hier schon richtig angefreundet, Takayuki. Es ist, als wärst du schon ein Stammgast. Das bedeutet... Zeit für ein Quiz. Wie lauten... Wie lauten die Namen der Mädchen hier? Haruko, Ayaya, Mio, was? Der erste war falsch. Nie, falsch. Wohl, doch kein Stammgasten. Hey, Takayuki. Du bist doch Detektiv, richtig? Was genau macht denn ein Detektiv? Alles Mögliche. In untere Fällen... Bist du denn noch Blumenkatzen? Heee, sooo, nanda. Tanosikatta, yo! Ja, ich hab wirklich, äh... Mich wirklich bestens amüsiert. Das macht solchen Spaß mit dir, Takayuki. Schön, das ist richtig gut. Und das machen wir jetzt die ganze Zeit. Emili-chan. Takayuki, was darf's denn sein? Nani, nomu? Nani. Ich habe ihn mit dir, Takayuki. Kanpai! Das ist ... Das ist ... Das ist ... Das ist ... Oh, wie ist das? Neulich hat Haruko mit so einem Kunden geplaudert und war viel kumpelhafter als sonst Ich habe sie gefragt, ob sie den Typen kennt und pass auf, das war ihr Vater Jedermann, der in den Balkon und mit seiner Tochter einen zu trinken, ist ein prima Vater, wenn du mich fragst Ach verdammt, ich hatte keine, ich konnte mir die ganzen Antworten nicht anschauen, richtig Neulich haben Mios Fans sie Mio Mio genannt Das war so ziemlich das Netteste, was ich je erlebt habe Hast du irgendwelche netten Spitznamen, Takayuki? Tabo Mein Kumpel nannte mich mal Tak Was? Nicht? Nannte mich? Weiterein Popquiz? Sag mir den vollständigen Namen des Stammgastes hier, mit dem du immer redest Was? Kinzaru? Happy? Mori? Wow, bist du nicht richtig, sehr beeindruckend, Takayuki Wobei Tja wieder Pfluit Weiterein Poppuit Geil Wohl 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 Ich habe ihn mitgebracht. Das war's. Neulich hatte Ayaya und ich eine Anime-Party. Sie hat mir all ihre Lieblings-Animes gezeigt. Es war so schön, sie so zu sehen. Warte, wie ging noch gleich der Spruch von Ayaya's Lieblingscharakter? Boah, das ist wirklich so ein Quiz? Käpt'n Korb verwandlob. Ach ja, Käpt'n Korb verwandlob. Und ich habe beim Zuschauen sogar die Posen eingenommen. Und du solltest auch zu unserem nächsten Fernseh-Party kommen, Takayuki. Achso, okay, das ist wieder das. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Oh, du bist also ein echter Detektiv. Tatsächlich steck' ich gerade mitten in einer Ermittlung. Ach, Ernsthaft, worum geht es? Das ist leider geheim. Was? Du kannst mich doch nicht so hängen lassen, ermittelst du auch jetzt gerade? Und wenn du das wissen willst, musst du wohl noch weiter mit mir plaudern. Darauf kannst du nicht mehr damit auf, Takayuki? Das scheint gewirkt zu haben. Ich sollte die Gelegenheit, ich sollte die Gelegenheit nutzen. Hey, Emily-chan. Hey, Emily-chan. Hey, Emily-chan. Ich wollte dich was fragen. Ach ja? Was denn? Das war's. Das stimmt. Sie sich mit mir unterhalten. Darum kann ich das anderen Gästen gegenüber nicht einfach so ausflaudern. Nun ja, kannst du dir das mal nicht eine Ausnahme machen? Falls der Junge in irgendwelchen Machenschaften verwickelt ist, wäre das keine Kleinigkeit. Sorry, ich kann nichts sagen. Verstehe. Es tut mir leid. Nein, mir tut es leid wegen der unangenehmen Frage. Ich glaube, das reicht für heute. Bei ihr gibt es keine Nebenaufgabe. Ich glaube, das reicht für heute. Ich glaube, das ist ein Blut. Ich will übrigens mal was nachgucken, da beende ich mal kurz die Aufnahme. Das ist eine große Sache. Hä? Wie ist das? Takayuki bereit für ein Pop-Quiz? Azu, Chintau, Happy Movie. Ich bin der Kuss. Ja, ich bin der Kuss. Ich bin der Kuss. Das geht bei ihr sogar richtig schnell. Oh, ich bin voll. Das war nicht der Buch, den ich zeigen wollte. Oh, ich bin voll. 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 Takayuki, was darf denn sein? Nani nomu? Nani ni shijou kanaa Achso, ich muss ja noch KORE NOMANA KORE DAISKI! KANPAI! KOREWA KID ART ART KORE SKYC Das war's für heute. Das war's für heute. Es war Spaß. Ja, bis zum nächsten Mal. Amli-chan, macht der Stalker dir noch zu schaffen? Ähm, was das angeht, Chakiri, Amli-chan, was ist los? Du wirst so bekümmert. Nun ja, ich wollte mit dir über alles, über etwas reden mit mir. Ja, es geht um den Professor, den du erwähnt hast. Wetten, der Stalker gehört zu dem Professor und deswegen vertraut sie sich jetzt uns an. Ah, also erzählst du mir, was du weißt? Nein, das nicht. Als du mich nach Hause gebracht hast, lag ein seltsamer Brief in meinem Briefkasten. Seltsam? Und stand drin, sag niemandem, was du über den Professor weißt, sonst bist du tot. Redest du mit der Polizei? Bist du tot. Was? Ich habe Angst. Will mich jemand umbringen? Wenn du Drohungen wegen des Professors bekommst, könnte das mit dem Serious-Schüler zu tun haben, der die Bar besucht hat. Emily-chan, wenn du mir den Namen des Schülers verrätst, kann ich vielleicht etwas unternehmen? Ich kann nicht. Ich kann meinen Gast nicht hintergehen. Außerdem steht nicht mal fest, ob der Brief von dem Jungen stammt, oder? Also gut. Wenn das so ist, werde ich jetzt mein Möglichstes tun. Wie meinst du das, jetzt? Heute Nacht sehe ich mich draußen rum. Vielleicht taucht der Stalker wieder auf. Okay, alles klar. Danke, Takayuki. Oh, es lebt langsam Fahrt auf. Wir haben... Wir haben... Wir haben... Wir haben... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wie ist das? Trägt keine Kapuze, aber das Aussehen passt. Also gut. Hey. Hey. Wie? Was zur Hölle willst du? Du bist der Typ, der Emily-Chan verfolgt, oder? Oh, alles klar. Du bist der Kerl, der beim letzten Mal rumgeschnüffelt hat. Warum hast du Emily-Chan verfolgt? Haha, du bist direkt in unsere Falle getappt, weißt du? Wie? Oh, ich freue mich schon, auf die Keihing-Gang zu zerstören, war wieder. Ich hoffe, die werden diesmal nicht wieder so schwer. Dieser Typ, Ashihara, der Emily etwas zu nahe kam. Der hat sich nach dem Professor erkundigt. Hey, was hat sie dir verraten? Keine Ahnung. Naja, egal. Spielt keine Rolle, was er weiß, wenn wir ihn einfach umbringen. Und verschaffen. Ihn umbringen? Ernsthaft? Hasamasan! Ashihara, du musst auch mitmachen, schließlich willst du zu Neho-Keyen Gang gehören, oder? Na, Ashihara, oder? Du gehst auf die Serie und warst in dieser Girls-Bar. Tu nichts, was du bereust. Wenn du weiter Scheiße baust, gibt es kein Zurück mehr. Zurück? Ha, die Schule kann nicht mal. Da gehe ich nicht mehr hin. In der Neho-Keyen-Gang kann ich so viel Kohle und so viele Frauen haben, wie ich will. Alles mit Gewalt. Das passt mir prima. Verdammt richtig, dann gehört Emily Emily dir. Mach diesen Bastard kalt! Dann gibt es keine Probleme. Haha, ja. Ah, wisst. Hätte ich euch gerne überzeugt, ohne die Polizei zu schalten, aber dafür ist es wohl zu spät. Oh, das war's. Verdammt. 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 Oh, was? 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 Hey, du meintest zu Emily-chan, du wüsstest wer der Professor ist, oder? Ich... Wer ist es? Weißt du es wirklich? Also... Was? Am anderen Ende der Leitung war der Professor. Was? Also sprach Koga mit dem Professor. Als Koga es dann auflegte, meinte er diese Göre. Göre? Koga hält den Professor für eine Göre? Oh ja, auf jeden Fall. Der Professor ist also eine Göre. Göre? Das heißt also, der Professor muss deutlich jünger als Koga sein. Ja. Was weißt du noch über den Professor? Nichts. Außer Koga-San weiß keiner der Offiziere, wer er wirklich ist. Also wart ihr hinter Emily-chan her, weil du ihr davon erzählt hast? Ja. In der Neo-Karen-Gang darf keiner nach der Identität des Professors fragen. Doch da ich so blöd war zu plaudern, meinte Hasama-san, dass ich vielleicht dran bin. Und um die Beweise loszuwerden, wolltest du Emily-chan töten. Haha. Und weißt du was? Hasama-san meinte, bevor wir Emily-chan töten, kann ich meinen Spaß mit dir haben. Du verdammter... Ah, die Bullen, scheiße, ich muss weg. Komm schon, Alter. Lass mich gehen. Ich zahl dir, was du willst. Bitte. Du solltest einige Zeit über deine Taten nachdenken. Was? Die Polizei wird entscheiden, was mit dir geschieht. Bitte. Nicht. Oh, nach dem, was du mir gerade gesagt hast, bist du jetzt hier Schlüssel weg und so. Oh, Yagami-san. Wie? Macht ihr heute früher zu? Ach ja, das... Yagami-san. Mori-san. Oh, Mori-san. Oh, Mori-san. Oh, Mori-san. Du bist auch da. Bitte verzeih mir fürs Lauschen. Ich habe das Gespräch zwischen Emily-Chan und dir vorhin mitgehört. Und dass sie in Gefahr schwebt. Ah, das hast du also gehört. Ich habe wohl nicht aufgepasst. Darum habe ich die gesamte Bar gemietet. Bis die Sache geklärt ist, damit zwielichtige Gestalten draußen bleiben. Wie? Du hast den gesamten Laden gemietet? Alter, wie viel Geld hat er bitte? Alles für Emily-Chan. Und die Mädchen. Kaum zu glauben. Moment, kannst du denn die Rechnung bezahlen? Keine Sorge, Mori-Chan ist stinkreich. Was? Echt jetzt? Mori-Chan, wer bist du eigentlich? Haha, bloß ein Geschäftsmanöver. All seine Hände im Spiel hat. Ich kann mehr als genug Knete entbehren. Also keine Sorge. Mori-Chan ist ein heimlicher Helfer. Hey, Yagami-Chan. Mori-Chan hat mir alles erzählt. Was ist mit Emily-Chan's Stalker passiert? Stimmt. Das war vielleicht was. Das ist ja wieder so eine Schulaufgabe. Deswegen... Zack. Wie sich herausstellte, war es doch ein Schüler. Doch, ist dir alles geklärt. Er wurde verhaftet oder eingesperrt. Danke, Takayuki. Takayuki, ich muss dich etwas fragen. Ja? Was denn? Dein Auftrag als Detektiv führte dich her, oder? Heißt das also, die Girls Bar war dir die ganze Zeit egal? Das habe ich mich auch gefragt. Warst du nur wegen der Arbeit hier, oder hast du dich auch amüsiert? Naja... Ich habe mich amüsiert. Am Anfang war es tatsächlich nur ein Auftrag. Doch mit der Zeit hat es mir richtig gut gefallen. Nun, das freut mich zu hören. Nun, Takayuki. Hoffentlich sieht man dich mal wieder im Girls Bite. Ich werde auf dich warten. Emily-Chan. Könnten wir uns beim nächsten Mal vielleicht privat treffen? Haha, netter Versuch, aber das geht nicht. Zumindest noch nicht. Noch nicht? Heißt das, ich habe eine Chance? Klar. Ich glaube, du würdest dich gut als meinen Freund machen, Takayuki. Was? Was? Echt jetzt? Wow, wow, Emily-Chan. Moment mal, wirklich? Das wäre verdammt super. Du bist verliebt? Wow. Emily-Chan, das ist... Haha, reingelegt? Ach, komm schon. Da musst du wohl einfach noch häufiger die Bar besuchen, kapierst? Haha, jetzt verstehe ich, warum du hier so beliebt bist. Alle sind verrückt nach dir. Haha, dann sei verrückt. Zeig mir all deine Verrücktheiten. Verrücktheiten. Klar, ich schau vorbei, wenn mir danach ist. Okay, kannst kaum abwarten. Kizuna Ashihara ist von der Schule geflogen. Er ist der Schüler, er ist der Schüler, der die Girls Bar besuchte und Moshisuki-san angreifen wollte. Anscheinend war er noch in allerlei weiteren Machenschaften verwickelt. Oha. Trotzdem kommt mir Kogas Wortwahl ziemlich sonderbar vor. Göre, oder? Ah. Genau. Koga ist Ende 30 und für ihn wirkt der Professor wie eine Göre. Dann können wir davon ausgehen, dass seine Altersspanne weiter ausfällt als angenommen. So ist es. Wahrscheinlich ist der Professor deutlich jünger als wir angenommen haben. Netthard, das ist ein echter Durchbruch. Bei einem Professor stellt man sich eine ältere Person vor. So wie Professor Moriarty. Die Undercover-Ermittlung, der in der Girls Bar hat sich ausgezahlt. Apropos, Yagami-san, haben Sie sich in der Girls Bar amüsiert? Äh, warum? Pardon, aber wenn Sie von Moshisuki-san sprechen, lächeln Sie immer. Anscheinend hatten Sie eine gute Zeit. Ja? Ach nein, das bildest du dir auf jeden Fall ein. Hm, sind Sie sicher? Sie klingen auch komplett anders. Hahaha, keine Ahnung, was du meinst. Emily-chan, ich würde dich gerne wiedersehen. Am liebsten nicht während der Arbeit. Vielleicht schaue ich mal wieder im Girls Bar vorbei. Amasawa braucht davon nichts zu wissen. cool. Ähm, wir müssen aber dann wahrscheinlich in der Story weitermachen, ne? Mal gucken. Ähm, Schulplaner. Geht es irgendwo weiter? Ne, ne? Ich muss wirklich in der Story weiterkommen. Ich finde es cool, wie gesagt, die unteren sind wirklich so, die macht man einmal, die kann man in einem Rutsch machen. die hat wirklich am längsten gedauert von denen hier. Obwohl, na gut, der E-Sports Club hat eigentlich auch schon und Skater, ja gut, die haben schon ein bisschen gedauert. Das ging schnell, das ging schnell. Ja, wie gesagt, das hat den ganzen Tag heute gedauert. Vielleicht machen wir da, ich weiß nicht, morgen ist Dienstag. Ich wollte ja Far Cry noch spielen, ne? Mal gucken. Mal gucken. Morgen ist aber nicht das Update, oder? Von, von Genshin, oder? Müsste ich mal nachschauen, wann das Update ist. Normalerweise kommt das Update immer mittwochs, deswegen. So.